Das SRH Kurfalzkrankenhaus in Heidelberg ist ein Fachkrankenhaus für Neurologie und Innere Medizin. Für die Neurologische Intensivstation suchen wir motivierte Kolleginnen und Kollegen. Unsere Intensivstation ist spezialisiert im neurologischen Bereich. Wir haben hier elektive Patienten. Und dadurch haben wir natürlich mehr Zeit. Der neue Kollege muss keine Angst haben. Auf jeden Fall, das Team unterstützt ihn. Wir sollen einfach motiviert sein, gute Läume mitbringen. Wir sind ein Team, das auch lacht im Dienst. Also die Arbeit merkt man, dass es geschätzt wird. Das Besondere auf der Intensivstation ist, wenn die Patienten von der Sardierung abkommen und einfach mit ihrem Blick ihre Dankbarkeit ausstrahlen. Das ist etwas, das kann man nicht mit Geld kaufen. Es macht hier Spaß zu arbeiten, weil jeden Tag kann man hier was Neues lernen und was Neues sehen. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie mit uns die Leidenschaft fürs Leben teilen, dann freue ich mich über Ihre Bewerbung und würde Sie gern bei uns im Team begrüßen.